Überall Ernüchterung über den Stand der Digitalisierung. Zum Beispiel bei Anke Domscheit-Berg. Die Digitalexpertin, die für Die Linke im Bundestag sitzt, mahnt seit Jahr und Tag, dass die Digitalisierung in Deutschland Fahrt aufnehmen muss. Insbesondere die Digitalisierung der Schulen. Doch noch immer haben nicht alle Schulen schnelles Internet. Davon abgesehen, dass auch viele Schülerinnen und Schüler in Gegenden wohnen, die noch nicht ans Netz angeschlossen sind. In der Corona-Krise, meint Domscheit-Berg, wird die Bildungspolitik nun eiskalt erwischt. Die Schüler sind von digitalen Bildungsinhalten abgeschnitten. Es mangle daran, dass es auch gute etablierte Prozesse und Plattformen gibt, für Schulen und Lehrkräfte, um überhaupt mit Schülerinnen und Schülern in der Distanz zu kommunizieren. Ihnen zum Beispiel Hausaufgaben zuzuschicken, wo man dann die Ergebnisse irgendwo hochladen kann. Das gibt es in anderen Ländern. Es gibt auch Ideen dafür. Es gibt auch Piloten mit Schul-Cloud. Aber es ist bei uns halt alles noch im eher experimentellen Stadium. Und jetzt brauchen wir es in der Fläche und wir haben es leider nicht. Gemeint ist damit zum Beispiel, dass in dieser Woche in Baden-Württemberg die Lernplattform Moodle zusammengebrochen ist. In Bayern die Plattform MEBIS. Ernüchterung auch bei Uta Haug-Thum. Sie ist in München Professorin für Grundschuldidaktik und forscht zur Digitalisierung. Wir merken plötzlich, dass nämlich gar nichts funktioniert. In Bayern ist jetzt gerade die Plattform zusammengebrochen. Es sind einfach zu viele Schulen, zu viele Schüler, die darauf zurückgreifen wollen. Es hat vorher kaum jemand genutzt. Jetzt wird es genutzt und es funktioniert nicht. Und auch Udo Beckmann, Vorsitzender der Gewerkschaft Bildung und Erziehung VBE, stellt fest, die deutsche Bildungspolitik ist nicht ausreichend gerüstet. Jetzt räche sich, dass man so lange auf den Start des Digitalpakts habe warten müssen. Das sind zwei Jahre verloren gegangen. Wenn wir diese zwei Jahre jetzt im Vorlauf hätten, wären wir an ganz anderen Stellen und könnten vielleicht anders mit dieser Krise umgehen. Aber wir sind da nicht. Beckmann warnt die Bildungspolitiker, man dürfe jetzt nicht noch neue Abhängigkeiten für den Bildungserfolg schaffen. Sprich, dass nur die Schüler erfolgreich sein können, die auch Zugang zum Netz haben und von ihren Eltern unterstützt werden. Die Lage ist vertrackt. Was tun? Die Empfehlungen der Experten auf die Lerninhalte der öffentlich-rechtlichen Sender und des Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrums zurückgreifen. Anke Domscheid-Berg meint, Auch auf Eigeninitiativen setzen und die Kinder einfach mal das lernen lassen, worauf sie wirklich Bock haben. Eins dürfte durch die Krise schon jetzt allen klar geworden sein. Gute Internetverbindungen sind wie digitale Lebensadern. Wenn sie nicht funktionieren, wird es schwer. Kilian Pfeffer, Berlin. Berlin.